Die richtige Zeit ist gekommen. Hier spricht der CrazyZucker. Wehrt euch gegen das neueste Problem, die Diktatur des Internets. Wehrt euch gegen ACTA. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was ACTA ist, der oberste Link in der Videobeschreibung kann euch weiterhelfen. ACTA, um es kurz zu fassen, ist ein schwachsinniges Unternehmen, was das Internet, wie wir es heute kennen, zerstört und uns alle unsere Rechte nimmt. Wir dürfen zum Beispiel keine Bilder mehr weiterschicken, wir dürfen keine Lieder mehr hören, einfach so im Internet oder hochladen. Facebook, Twitter, YouTube etc. könnte es nicht mehr geben, wenn ACTA ihre Sachen durchsetzt, die sie denn so vorhaben. Du, ich und alle anderen müssen sich wehren gegen ACTA. Gemeinsam können wir etwas bewegen. In der Videobeschreibung werden noch weitere Links sein. Ihr könnt unterschreiben, eure Stimme einsetzen gegen ACTA. Geht morgen auf Demos, morgen am 11.02.2012. Überall in der Nähe, ja, in größeren Städten Deutschlands gibt es Demonstrationen gegen ACTA. Geht auf die Straße, macht Schilder, macht ein Video, verbreitet diese Nachricht gegen ACTA. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam sind wir stark. Show me a state where nobody sees Democracy turn into tyranny Show me a state celebrating defeat Of freedom and prosperity Stop turning this wall There ain't such a thing Except the son of a bitch You're not living in You can call this life It is time to rise Rise and make a change Rise and take a chance Rise and raise your voice Rise while you're still free And have a choice